Mein Name ist Roger Köppel, ich bin Verleger und Chefredaktor der Weltwoche und auch Nationalrat der SVP vom Kanton Zürich. Ich bin beherzt, dezidiert und leidenschaftlich gegen das neue Mediengesetz, weil das Mediengesetz führt einfach dazu, dass Milliardäre, ich mag es denen gönnen, dass sie Milliardäre sind, die Medienmilliardäre, die bekommen jetzt noch mehr Subventionen zugeschaufelt darüber, das ist nicht in Ordnung. Vor allem werden die Medien da in Abhängigkeit vom Staat treiben, wer bezahlt, befehlt. Und wir brauchen keine Medien, die den Staat befehlt, wir brauchen Medien, die den Staat auch hinterfragt. Und von dem haben wir sowieso viel zu wenig in dieser ganzen Corona-Pandemie gesehen. Darum Nein gegen das Mediengesetz. Darum Nein gegen das Mediengesetz.